So, was kommt denn da angefangen? Ach, die E1021. Die Entwicklung der Baureihe E10 begann bei der Jungen Bundesbahn nach dem Zweiten Weltkrieg mit dem Wunsch nach einer leistungsfähigen Elektro- und Lokomotive für den Universalbetrieb. Nach dem Bau von fünf Versuchslokomotiven nahm er von diesen Vorhaben Abschnitt und legte die E10 für den Einsatz mit schweren Eil- und Schnellzügen aus. Darüber verfügte die E10 über eine Geschwindigkeit von 150 Stundenkilometern und eine Leistung von 3.700 kW. Doch auch aerodynamisch wurde die E10 ab der Lokomotive E10-288 durch einen verbesserten Lokomotivkasten-Oktivität, die viele als übelbreite Bekannte veröffentlicht haben. Die E10-288-Geräte Untertitelung des ZDF, 2020